Was ist dein Traum? Was bringt dich innerlich zum Überschäumen vor Glück und Begeisterung? Bist du dir deiner Freiheit bewusst? Durch NLP habe ich auch kennengelernt, einfach mit aufzunehmen. Und wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere? Und wie formuliere ich das Ganze? Und wie präsentiere ich? Und in den Vorstellungsgesprächen, die ich hatte, waren die Firmen begeistert, sodass viele mich haben wollten und dann ich letztendlich die Auswahl hatte, was suche ich mir letztendlich raus. Freiheit, sein Leben so gestalten zu können, wie man das möchte. Und das haben ganz viele unserer Seminarteilnehmer in den letzten Jahren auch tatsächlich getan. Viele haben ihren Job, der ihnen keinen Spaß mehr gemacht hat, gekündigt, haben sich aufgemacht, wirklich ihre Träume zu leben, ihre Visionen anzugehen. Und im ersten Moment war es vielleicht schwierig für sie, war es anstrengend, war es mühselig, die Sicherheit aufzugeben, den Schritt zu machen in das Unbekannte. Aber viele haben ihn gewagt und haben dabei gewaltige Erfolge errungen. Sie sind heute viel glücklicher, als sie es vorher waren, einfach weil sie mutig waren und weil NLP ihnen die Kraft gegeben hat, wirklich für sich selbst zu sorgen und zu erkennen, wir haben hier einfach begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Wir können nicht einfach Jahrzehnte ungenutzt verstreichen lassen. Es ist einfach schade. Nachdem ich angefangen habe, mich hier mit meiner Persönlichkeit, also sprich mit praktischem NLP, mich zu beschäftigen, gemerkt habe, ich kann viel mehr und ja, die Leute kommen mir und fressen mir nach und nach aus der Hand. Meine Persönlichkeit hat sich weiterentwickelt. Zielformulierung, einfach diese ganze Bewegung zwischen den Werten zum Ziel hin und die Umsetzung der Werte und das Zusammenfassen der Werte und der Bedeutungsgehalt der Werte und dann die eigenen Ideen und Ziele zu kreieren und das, finde ich, unterstützt NLP sensationell. Mach dich auf, lebe deine Träume, wage etwas, stürz dich mutig hinein. Dies ist dein Leben, deine Chance, deine Herausforderung und egal, ob du scheiterst oder nicht, hab wenigstens verdammt viel Spaß dabei. Hab verdammt viel Spaß dabei und liebe. Liebe dich, liebe andere Menschen, liebe das Leben und dann wird es dir gelingen. Mach dein Leben zu einem Meisterwerk. Mach dein Leben zu einem Meisterwerk.